maxwell kurz wieder richtig hingesetzt ich habe die lese nicht gesehen das heißt ok 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 ich weiß was ich machen muss erst mal ständig muten weil ich husten muss warum immer keine hause schaffe wie ich mir das vorstelle hier muss ich muss ich auch okay alles klar bohr gott das heißt ich muss das rosa weglassen hier das orangen gut hier ist das grün wo 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 hä muss ich jetzt erstmal die kiste dazu nehmen oder was das lief es nicht so wie geplant hier 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 Ein relativ schwieriges Unterfangen, würde ich mal sagen. Das, das und das. Ah ja, okay, ist klar, ich verstehe. Fuck, okay, das heißt, oh. Okay, ich weiß, was ich machen muss. Erstmal muss ich sie wieder rüber. Dann. Rosa weg. Hier orange weg. Und hier ist die Brille weg. So, orange, rosa. Da ich diese Kiste nicht umfärben kann, bis auf ins gelbe. Muss ich die Totenköpfe jetzt? Und so. Ah, warte mal. Ja. 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 Ich muss sie wieder in gleiche Farbe rein. kriegen. Das Problem ist aber. Ich kann mich da nicht einfach hinbewegen. Scheiße. Hä? Das orange muss ich ja orange hinkriegen, aber dafür muss ich erstmal runter. Aber wie? Irgendwie ist es total drückend gerade, obwohl das Fenster offen ist. Was hat die Kiste damit zu tun? Das frage ich mich. Das ist eine verdammt gute Frage. So, ich habe jetzt die Kiste rosa gekriegt. Am ersten Balken komme ich vorbei. Ja, das war klar. Das war klar. ach ich glaube ich weiß wozu die da ist hoffe ich zumindest ich hätte jetzt gar nicht mitnehmen müssen ja jetzt habe ich ein problem ja das war's da ich glaube ich weiß wozu die kiste die kiste dazu da hoch zu springen ich bin auch so ein vollidiot und dann war es so schön da heute wieder mit mussten gut so das heißt die kiste muss es generell erst mal wieder ja halt ja gut da da habe ich mich selbst in die scheiße geritten und noch mal wird so schön war 0 habe ich zu früh wecker sondern kehrst und jetzt noch mal weil es so schön war immer diese wiederholung und so alles klar sodann gelb wieder hier muss wieder rosa sein das heißt scheiße so so das heißt ich müsste jetzt eigentlich ohne probleme hier durchkommen ja geht doch